Also vom Gefühl her ist es tatsächlich einfach nur lustig. Mal mit den jüngeren Leuten auch mitgehen, gut ältere Menschen sind auch, aber tatsächlich mal mit der Zeit mitzugehen, das ist einfach was Neues, Kreatives, wo wir definitiv immer dabei sind für solche Aktionen. Also es gab tatsächlich schon einige Anrufe, wie es dann aussieht. Man hätte den und den auf Tinder gesehen und da werden jetzt Vorgespräche geführt, dann werden Leute eingeladen. Also Resonanz ist der Wahnsinn. Es explodiert überall. Wir haben ja auch bewusst jetzt nicht die niedlichsten, kleinen, neugeborenen kleinen Kätzchen genommen, sondern wirklich auch Tiere, die, ich sag mal, ein bisschen die Geschichte haben. Und wir hoffen natürlich, dass diese Tiere auch langfristig und nicht nur für ein paar Wochen einen wirklichen neuen Partner, ein perfektes Match finden tatsächlich. Ansonsten war es uns einfach wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es halt wahnsinnig viele Tiere gibt. Also einsame Seelen, nicht nur bei den Menschen einsame Seelen gibt es, sondern auch bei denen. Live. 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 Untertitelung des ZDF, 2020